Hallo und willkommen bei Formel 1 2016 mit Merlin, Andi, Bastus, Rico, Fizzle und Ilu und mir. Was habt ihr denn so für ein Schnell-Setup? Das Schnell-Setup? Also beim Schnell-Setup habe ich das Schnell-Setup ausgesehen. Moment. Mein Telefon klingelt, okay, ich muss ganz bitte weg. Willst du schon draufgefahren? Hast du schon losgefallen? Nee, ich bin drauf. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Klingt wie ein Staubsauger, als. Wie Andi jetzt sagen würde, da tobt jemand. Wieder da. Nee, Andi geht jetzt an Johannes? Aber ich wütte den sich nicht. Nee, das habe ich nur früher in ein paar Let's Plays gemacht. Das hast du früher nur bei MySpace gemacht? Und bei MySpace. Ja, MySpace habe ich nicht. MySpace hattest du nie? Nee. Ich auch. Hattest du ICQ? Ja. Das Geräusch, das ist auch echt. Mit jede Sau. Ja. Also jede Sau, die nicht im Osten wohnt, ja. Gewohnt hat. Wieso? Bei ICQ gab es auch im Osten Spaß. Hast versaut. Echt? Hattet ihr denn schon Internet? Das geht ja auch gerade in die völlig falsche Richtung. Ich hatte selbst Megascheiß-Internet. Ich muss mich mit dem Modem einwählen. Du könntest mit dem Thema Rosberg-Ruddritt reden. Was haltet ihr davon? Also ich fahr ja noch mit. Verdient? Nee, warte. Ich weiß es nicht. Noch habe ich Rosberg als Steamburten. Ich weiß es nicht. Wird so ein Butter-Mits haben dafür, oder soll es er wegknobieren? Nee, ist okay. Weiß ich schon selbst. Ja, weiß ich. Weiß ich. Weiß ich. Weiß ich. Weiß ich. Alles gut. Alles gut. Weiß ich. Weiß ich. Weiß ich. Das habe ich gestern auch gehört. Icke. Icke. Kennste. 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 Ich war nämlich gestern bei Mario Bart in Dresden. Und es war sehr witzig. Ja. Und drehen gelacht hat er. Ja. Quasi. Salz drehen. Nein. Er hat den Salzstreuer mitgenommen. Ja. Ich habe den gestern vom Tisch gebrauchen. Da war ein Tastatur-Crusher. Ja. Der war da. Der fährt jetzt eine schnelle Runde. Andi. Andi. Ich habe mich ausgetestet. Wie so der Reifenverschleiß auf der Strecke ist. Ja. Mittelmaß ist gut. Oh. Das ist gut. Also für Lenkradfahren. Ja. Ja. Solang es besser als Österreich ist. Das auf jeden Fall. Ja. Weil Österreich war ja schon harter Tobak. Äh. Harter Tofak. Tobak. Ich bin so im Tabak. Oh. 1,24,082. Oh. 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 Ich bin viel schneller als du, lass mich vorbei, danke schön, danke schön. Danke. Diese Blumen. Oh! Hallo, Magnussen. Merlin ist inzwischen wieder zurück. Merlin ist im Klo gefallen. Erkundet die Tiefen des Weltraums. Hallo. 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 Er ist der Perlen-Diebtaucher. What? Ja, wir kennen den Geheimen, glaube ich. Ja. Na komm, wir fahren noch mal ne Runde. Aber nur in der Süßwasser. Jetzt mein Zetter, wo man stellt. Warte mal. Head up. Eventuell. Eventuell, ne? Eventuell. Wer war das eigentlich nochmal? Von den Wocker-Dienens. Achso. Eventuell, ne? Aber die erste Kurve geht mir so hart aufm Kieler. Welches Center fahrt ihr denn? Fährt ihr denn? Bitte. Ein Center fahr ich. Wollt auch eins nach rechts fahren, aber ich bin schon dann voll frei nicht so klar gekommen. Egal, ich geh auf Konstanze, also wo fahr ich jetzt? Konstanze? Ja, ich fahr auf Konstanze weg. Ja. Schmeckt. Bisschen, ne? Hätt Frau klügelig besser. Frau klügelig. Ja. Kannst du fahren, Lido? Was? Dann warst du jetzt auf Outlab, oder? Ja, ja, Outlab. Ja, ja. Voller. Joa. Dann fahr du mal. Ja, der gerade die zweite Kurve lang gefahren ist. Dass er gerade hinter mir herfährt. Gibt keine Antwort, alles klar. Das ist Andi. Melkram. Das ist Andi. Wollt. Was ist denn? Nichts alles gut, Andi. Fass bei der Junge, ey. Ja, ich fahr. Ich finde die Boxen einfach. Ja, du fährst. Gar nicht mal so schlimm. Kurz bevor man ausrastet, kurz bevor man ausrasten muss, einfach zu denjenigen hingehen. Und so winken wie die Pinguine aus Madagaskar. Lächeln und winken. Lächeln und winken. Lächeln und winken. Lächeln und winken. Genauso. Oh, vorne links ist ganz schön. Vorne links. Mehr Text. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö zu schnell ist so nur wegen zu schnell das ist aber eine wunderschöne 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 und warum könnt ihr nicht schon mal anfangen abzumachen doch mädels motor läuft schon lange und ihr ihr schild da noch euren basis in ihre auge ich bin ich bin ich bin sehr früh eingelenkt ist jemand vorbeigezischt es hat's gemacht vorbeigezischt ich habe gar nicht erst mal 50 minuten pause ich habe nur ein bisschen nachgemacht wer kommt denn da jetzt gerade statt uns hier ist du nochmal auf eine schnelle runde ja dann kommst du ran kommst du ran lass dich vorbei weißt ich fahr rechts außen ich fahre weiter ich fahre rein ich mag ja eigentlich lieber deadlap deadlap die soße das d steht für diabetes das d steht für deadlap deadlap danke jo deadlap deadlap soost ach man wer fährt denn da vorne gerade raus der uhrensohn ey deadlap soost der kommt auf soost aber das ist ja so wie Felix wegfahren und sich beeilen aber die kalten pfarrer fahren wahrscheinlich eh nicht gezeigt nicht weil ich dich kacke aber auch geil ne in der whatsapp gruppe alter basti du bist aber auch ein held 21 15 der vorher so 22 uhr 30 könnte ich ja und du hast erst um 22 uhr 30 21 ja 21 uhr 30 dann schreibst du so 21 15 alle da hast du denn geschrieben dass du erst um 21 30 kannst dass er es danach geschrieben wird so das hat er wirklich kurz hervorgeschrieben dann hab ich es nicht gesehen hab ich es nicht gesehen oder ich hab uns ver... ich hab es kontignoriert wo hast du es denn geschrieben? da jetzt hab ich mal lesen weil ich Ido nur gesehen weil ich da so ein bisschen durchgesquotter weil ich auf dem Weihnachtsmarkt war Ido nur gesehen ach Gott nur Augen gesehen er hat nur die Augen für Ido ich merke nicht doch doch man das ist doch behindert ey nö nö wo ist nur den Brot? wo ist nur den Brot? ich fahr die Reifen eh nicht in den Rennen ich hab alles auf hart eingestellt richtig hart richtig hart da war ja so alter wenn du willst ich hab einfach so rumreden ey mal reinrollen in die Boxen ausfahrt vier gefährliche in die Boxen ausfahrt hehehehe hehehe 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 weil er vergisst so ein weil er denkt weil er was? weil er vergisst? weil er verzeiht ja weil er verzeiht was hast du denn gesagt? ja weil er vergisst ja weil er vergisst weil er den Text vergisst hehehe 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 weil er vergisst weil er vergisst? ehhhh 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 warte mal ich bin ein Mensch du gischt ein Mensch? so was hättet bring mir das kack Tablet mach mal ein bisschen schneller bring mir die scheißen Tablet oh blickst du verbremst oh ja war richtig geil boah ja gut guck mal denn 307 kmh der 12th schnellste der der du ja du ich 12th schnellste passt 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 die du in der ich kürze halt nirgends ab wie ihr Drecksecke ja jo alles klar alles klar alles klar alles klar wir sind erstmal übers und ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereit ich wollte raus er hat gesagt bereit du bist breit der bist auch bereit der bist breit der ist breit der ist breit ich habe auch gerade ich habe auch gerade einen Käse zusammen ich habe auch gerade einen Käse zusammen ich habe auch gerade einen Käse zusammen Alter was war denn hier für viele Mongos ja da fällt vorbei Guterres oder das ist mir richtig viel Zeit was wolltest du Christoph was das für ein Verbremser war ich habe ein bisschen später gebremst und was hat da geklappt ja nur zwei Reifen standen kurzes Crawley fahren ist mir echt zu kurz ja lass erstmal oh der muss eben groß kurzes Crawley fahren ist echt zu kurz ich bin aber auch cool ich bin bei Quali aber langweilig ich glaube dir ich pack's nochmal reinfahren in die Box wieder rausfahren ich kann noch mal eine Runde fahren witzigerweise ich seh das gar nicht als ich so blockieren ohne Scheiß bei mir jedes mal wenn du anbremst stehen beide Reifen und fangen an zu fallen hoffen ja das ist der Raucher wieso ich bin doch in der Box oh nicht so laut nicht so laut so habe ich mich vergessen zu muten komm macht mal hin der Jungs ich bin nochmal raus komm lass mich nicht füllen lass mich nicht füllen in Merlin ja fährst du gerade noch eine Runde ja und kann sagen ich seh dich nicht auf der ersten Seite mann ja ich kriege ja die ganze Zeit ich hab bisher drei Runden gefahren die waren jedes Mal an der Rechenstelle ungültige Runde ey da jedes Mal verrutscht komm 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 welchen Setup fährst du bitte das fährt ne das machst du ja auch so also ich fahr jetzt raus ja das ist immer schon mal und diese erste Kurve krieg ich auch nur hin ja die erste Kurve ist echt AIDS verlieh ich halt immer schon fünfhundert 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 äh 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 122 003 Alter das ist aber auch echt Maximum oder? ne ne da geht noch was nein Benzin ist leer bitte steh nicht irgendwo in meinem Weg ich fahr zu den Zeitdichten 07 in my way es wär ne bessere Zeit geworden ich hab jetzt mal die eine Kunde geklappt ich bin allergier wenn da Benzin der ist ne oh hallo Andi tschüss Andi oh scheiße wie weit komm ich denn raus? kacke jetzt muss ich noch ne dritte Runde fahren oh nein Platz 7 äh ich glaub das wird hier nix mehr das ist Platz 7? ja hm 5 5 5 5 5 die Euro die Euro das ist das geht ja eigentlich grad ab wieso fahren also ich glaub der hat das Gefühl dass Sainz macht gleich ein AKO bei Andi so langsam wieder da grad an den Rand fährt Sainz hat nicht so viel Bock auf Gas geben ja Hulkenberg auch nicht Magnussen die stehen hier grade alle die stehen halt in der Reihe weil der Sainz Oh Gott im Himmel Ericsson schade ich hätt gern die 1,21 geknackt ja schön ist du hältst grad die KI ultra auf Andi weil wenn wir so langsam fahren fahren die hinter uns alle auch genauso langsam fahren außer wir verstoppen der fällt gleich in mich rein in mich rein ja der Sainz schleicht halt immer noch ja das schaffste der ist drauf gefahren der ist noch 1,45 so lange ich jetzt keinen Fehler mehr mache und mich drehe dann fuck ich das ne dann fachst du das? fuck ich das ja fuck ich das richtig hart und fachst du das denn hin? ja ins Ziel Rari schleicht über den Platz dann hast du die Faxnummer vom Ziel ja ich hab die Faxen Decke vom Ziel so alles klar kraft hinten kommen wieder welche ja aber es ist immer noch Sainz Sainz ist ultra langsinn ich weiß nicht ich kraft die Kurve Christoph im letzten Sektor bist du trotzdem noch fast ne 0,1 schneller als ich noch ey wir halten die Karte Korone auf ja der Sainz hält die schon die ganze Zeit auf der Sainz ist losgefahren als er noch 1,45 hatte äh jetzt meinte ich auch kaputt ja wir haben halt richtig Bock what the fuck alter wir haben halt richtig Bock wer fährt das da bisschen entgegen? hä? hab ich ne strafe bekommen Andy von der Strecke und so ist es liegt ohne dann kannst du auch ne Bildschläge nee Andy wird wahrscheinlich grad ne strafe bekommen haben aber warum denn? wegen blockieren ich weiß ja auch nicht der hat doch nicht blockiert der hat doch niemand blockiert haaaaaaah der hat doch niemand blockiert zwei Karten A ist schön ja aber er stand ja nicht auf der Ilani und die haben sich gegenseitig kaputt gefahren muss man einfach mal so sagen was Basti? wenn du es bekommen hast finde ich es eigentlich fair schön in die Box fahren man muss sagen er hat von vornherein dafür geachtet dass er nie auf der Ilani ist ist halt einfach so gewesen ja gut die 300 die hole ich jetzt nicht mehr in den letzten 2 kunden los ja aber wir müssen darauf achten dass er nicht ohne Benzin davor fährt ja auch nicht vielleicht hat er leck geschlagen weil irgendein Po wieder reingepiezt hat nicht in die Box weiß ich doch ist doch alles Tudi weiß ich doch Tudi man Ludi wie du das weißt Sehen sie ach ne ist ungültige Rundenzeit ah so ein Bullshit ey ich bin doch voran was hast du denn gemacht? ja ich konnte halt nur die eine Runde fahren ja der hat nämlich auch wirklich blockiert das war der der halt einfach hinter Andi stehen geblieben ist und dann einfach stehen geblieben ich weiß auch nicht so ganz was der vor hatte so das war das Qualifying das war das Qualifying wir sehen uns morgen wieder wir sehen uns morgen wieder im Rennen was wir jetzt gleich fahren aber ihr erst morgen seht und übermorgen sei doch nicht so fies für den Zuschauerern Bann und pur auf jeden Fall ok tschüss bis dann bis dann bis später